Als BIM-Managerin fokussiere ich mich auf die BIM-Implementierung im Unternehmen, also die Entwicklung und Koordination einer standortübergreifenden BIM-Strategie, unterstütze aber auch bei der konkreten Umsetzung im Projekt. Die Werner Sobek AG setzt die BIM-Methodik seit vielen Jahren bei nationalen und internationalen Projekten um. Aufgrund dieser umfangreichen Erfahrungen können wir höchste Standards gewährleisten bei der Planung und Beratung, selbst bei komplexen Bauprojekten. Die Bauindustrie ist die weltweit am wenigsten digitalisierte Branche, obwohl sie in den meisten Ländern einen signifikanten Anteil des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. BIM kann also hier als Schlüssel dienen zur gezielten Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Bauindustrie. Begin with the end in mind kann als übergreifendes Motto begriffen werden, spiegelt aber auch unsere Motivation präzise wider. BIM dient für uns nämlich nicht dem Selbstzweck, sondern ist vielmehr ein Werkzeug, um Schnittstellen zu optimieren, Projektabläufe zu verbessern und Informationen zu verwalten. Die BIM-Taskforce bei der Werner Sobek AG wurde 2017 gegründet, um den internen Informationsaustausch zu verbessern und die Expertise in der BIM-Methodik zu steigern. Die Kernaufgaben wurden in sinnvolle Arbeitspakete unterteilt und mit der Zeit haben sich die Aufgaben als brisant erwiesen und wurden wirklich in den Fokus der Unternehmensstrategie gerückt. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Definition interner Vorlagen und Standards, die Digitalisierung verschiedener Projektprozesse, um schlussendlich ein hohes BIM-Level für das gesamte Unternehmen zu erreichen.